Wie sieht die Lösung aus? Weil es gibt eine Lösung. Es fühlt sich nur unlösbar an, aber es gibt eine Lösung aus zwei Gründen. Erstens, weil du erwachsen bist und von niemandem mehr abhängig bist, was das Überleben angeht. Und zum Zweiten, weil du dir heute kontaktfähige Menschen für den Austausch, für Nähe suchen kannst. Deswegen gibt es eine Lösung. Und praktisch sieht das so aus, dass du zuerst den Teil der Distanzierung möchtest, der sich schützen will, in die Kommunikation bringen musst. In privaten, sicheren, stabilen Beziehungen oder, wenn das im Moment nicht möglich ist, in der therapeutischen Beziehung. Das ist der erste Schritt. Der Anteil oder das System, was dich schützen will, muss in die Kommunikation gebracht werden. Das heißt, alles, was in Richtung Abgrenzung, Schutz, Distanzerstellung geht,